schönen guten morgen liebe freunde und ihr glaubt mir gerade ihr glaubt ihr wird mir nicht glauben was wir jetzt gerade sehen für heute haben sie eigentlich ab heute also ab heute sollte doch ab heute sollte doch bis mai bis bitte mai am fok bitte mai regen kommen ab heute sollte doch regen kommen ist einfach mit dem mai also ist anfang oder mit dem rege kommen ab heute so aber der regen ehrlich gesagt der war schon heute morgen gewesen aber was jetzt kommt mit euch umhauen ist aber ich meine maximale gradzahl 12 grad klima heute maximal und und dahinten ist unser stern der jetzt leicht bisschen mehr rauskommt also von regen von pech heute morgen wird jetzt von glück verfolgt also folgt jetzt der glück auf pech folgt das glück wie gesagt auf pech folgt jetzt das glück vom regen heute morgen folgt jetzt vom regen heute morgen folgt jetzt der sonnenschein also ein handy zeigt anteils bewölbt da die regenwolken verschwinden langsam der stern kommt bisschen mehr raus die sonne meine ich jetzt hier vor euch gesagt lieber gesagt sonne da hinten ist ja schon fast dann will er denn sind nur ganz kleine schleierwolken so frau ganz weit da hinten sind aber keine regenwolken mehr kommt schon ein bisschen mehr blauer himmel aber es könnte heute noch ein bisschen regen geben aber wenn dann auch nicht viel heute morgen auch nicht viel ich habe schon ein kleister oder gott vorgelaufen ist gab die kamera verschwommen gewesen auch nicht schön und es haben heute viel insgesamt vier leute geburtstag deswegen könnte auch der grund sein warum sich das wetter jetzt vom regen auf sonnenschein aufklärt also vom regen heute morgen auf sonniges wetter jetzt was jetzt kommt aufklärt könnte das der grund sein weil heute vier leute vier leute geburtstag haben vielleicht ist das jetzt auch nur kurze aufklärung und das ist dann aber wieder zum regenwetter kommt weil ich kann es sei dahinten genau nicht genau erkennen dass dahinten wieder sind das geht wohl unter schleier wolken meine brille habe ich zwar auf aber trotzdem kann man das nicht genau sagen so ziemlich warm dabei maximal zwölf grad wie gesagt ich sag mal so das wetter ist heute wechselhaft aber sie ist das ist ein ganz kleiner vogel im baum so 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 Leute, guck mal, der Baum hier vorne, der hat schon Knospen durch die Wärme. Also hier vorne auf der Wiese ist keine Amsel, leider nicht. Die Geburtstagskinder konnten jetzt gerade noch von Glück sprechen, aber Beweis habe es wieder nachher anfängt zu rechnen, da wird sich alle einen schönen warmen Tag, genießt das Wetter. Jetzt kommt ein bisschen die Sonne raus, aber ich sage jetzt war wechselhaft heute, ne, maximal 12 Grad.